So und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um die 5 wichtigsten Tipps für deine Vorbereitung für deinen nächsten Rennstreckeneinsatz. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich doch festgestellt habe, weil ich mit so vielen von euch auf der Rennstrecke gefahren bin und da kann ich schon so sagen, was so wirklich die typischen Probleme oder die typischen Eigenschaften sind, die im Endeffekt noch zu viel mehr Probleme auf der Rennstrecke führen und man kann schon so eine leichte Tendenz feststellen, dass es eigentlich immer so ein bisschen das gleiche Thema ist oder die gleichen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und im Endeffekt kannst du dich ganz leicht darauf vorbereiten und ich zeige dir jetzt wie. Im Endeffekt ist es so, dass ich alles das, was ich dir hier sage, schon mal auf meinem YouTube-Kanal gebracht habe, aber ich muss echt feststellen, auch bei meinen Trainings, wenn Leute mich buchen auf der Rennstrecke, ich ihnen sage, ja, wieso machst du das nicht? Hast du das Video nicht gesehen? Nö, habe ich nicht gesehen. Und deswegen gehen wir jetzt speziell die 5 wichtigsten Dinge durch, die du wirklich, wirklich ganz bewusst für deine nächste Vorbereitung, für dein nächstes Rennstreckenevent wirklich bewusst verinnerlichen sollst und dann auch machen sollst. Und dann steht dem nächsten Rennen oder dem nächsten wichtigen Event nichts mehr im Wege. Schaut es mal mit. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt, da geht es. Man sieht mich, man sieht die Homepage. Und zwar eines meiner ältesten und eigentlich schlechtesten Videos, was qualitativ und so anbelangt, aber eines der wirklich fast wichtigsten und vielleicht sollte ich es mal neu machen, aber viele von euch haben das noch gar nicht gesehen, weil das so alt ist, dass die da gar nicht drauf kommen. Und zwar fällt mir immer wieder auf, dass die reifen Luftdrücke nicht wirklich hundertprozentig so bearbeitet werden oder behandelt werden, wie sie wirklich behandelt werden sollen. Und die wenigsten von euch kontrollieren ihren Luftdruck, wenn sie von der Rennstrecke reinkommen in die Box. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Da gibt es auch keine Ausreden dafür und da kann man, ich weiß, ich bin da auch meistens K.O., wenn ich reinkomme und so. Aber ja, das hilft nicht. Das geht um eure Sicherheit. Der Luftdruck, wenn am Vorderrad um zwei, drei Zehntel nicht stimmt, weil euch der Reifen abgekühlt ist, weil die Heizdecke eventuell nicht auf die Temperatur bringt, die sie jetzt heilen soll, etc. Lauterf. Es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die du während dem Fahren nicht erkennst, nicht unbedingt erkennst und nur erkennst, wenn du den Luftdruck beim Reinkommen messst. Bitte schau dir das wieder nochmal an und verinnerliche genau das, was ich dir sage. Das ist eines der allerwichtigsten und fundamentalsten Dinge, was ich an Hausaufgabe mitbringen kann. Es gibt viele Faktoren, die mich auf der Rennstrecke runterholen vom Motorrad. Aber das ist ein Faktor, den ich selbst beeinflussen kann, für den du selbst verantwortlich bist und deswegen ist es eigentlich umso einfacher, weil es nicht abhängig davon ist, was jemand anders mit dir macht. Also schau dir das Video an, ich habe das auf jeden Fall nochmal verlinkt. Ein nächstes Thema ist das erste Video, was bei mir wirklich viral gegangen ist für meine damaligen Verhältnisse. Das habe ich am 01.05.2019, also weit über ein Jahr, online gestellt. Da war der Kanal noch relativ klein. Ein Fehler, den die meisten Hobbyfahrer machen, das war so ein Thema, das ich bewusst irgendwie angesprochen habe. Und zwar geht es da um das Rübersetzen beim Motorradfahren. Sprich, du sollst doch den Arsch schon vor der Kurve rübersetzen und immer vor der Kurve rübersetzen. Es gibt fast keinen Grund mittig zu setzen, außer auf ganz langen Geraden. Und wenn du auf der Gerade mittig sitzen willst, dann musst du schon vor dem Bremsen dich wieder rübersetzen. Und es ist eigentlich eines der einfachsten Dinge und ich kann es gar nicht verstehen, warum das teilweise für manche so sehr schwierig ist und da gibt es teilweise Ausreden, ich kann damit nicht schalten und ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Dann versuch das zu üben in Trockenübungen, Moped in der Garage, Moped vorm Haus, keine Ahnung. Übt es, übt es, übt es. Das ist so fundamental wichtig, was die erste fahrerische Eigenschaft anbelangt. Und ich kann euch wirklich aus reinem Gewissen sagen, wenn das nicht sitzt, dann funktioniert überhaupt nichts anderes. Definitiv, das ist eines der wichtigsten Dinge und was ich immer wieder trainiere und immer wieder trainiere. Und so viele, die mich buchen und Geld ausgeben und wir üben dann im Endeffekt das. Obwohl das jeder alleine üben kann, weil für das braucht er mich nicht bezahlen, dass ich ihm das nochmal 25 Mal sage. Und das geht auch nur, und das ist auch der Punkt, das geht nur, wenn man hier oben cool bleibt und nicht an seinem persönlichen Limit da draußen rumfährt auf der Rennstrecke und ums Leben fährt, dann hat er keine Zeit, sich solche neuen Dinge, wenn die für ihn neu sind, einzubringen. Das funktioniert nur, wenn er absolut cool ist, mit 70% seiner Leistung fährt und die Kapazität im Kopf dafür hat, darüber nachzudenken. Das ist so wichtig. Es gibt keine Ausrede dafür, das nicht zu machen. Und egal, welchen schnellen Fahrer du siehst, alle machen das. Wichtig, wichtig, wichtig. Video anschauen, unten in der Beschreibung verinnerlichen für das nächste Event. Der Lenkimpuls, warum kannst du die Linie nicht halten? Der Lenkimpuls, das verstehen viele und viele haben das Video auch gesehen. Aber ich denke, es ist dabei nicht ganz verständlich gewesen für manche, um was, dass es auch unter anderem zum Lenkimpuls geht. Und zwar sehe ich das auch, das ist eine der häufigsten Sachen, der Fehler, die ich sehe bei Leuten, die mich als Coach buchen, diese direkten Richtungswechsel, wie hier im Bild zu sehen, diesen Strich zu machen von einer auf der anderen Kurve, das Motorrad wirklich unter Zug von rechts nach links umzulegen, ohne einen ewigen Bogen zu fahren. Das ist auch eine Thematik, die ich immer und immer wieder dann übe. Und das ist eigentlich was, wofür man mich auch nicht bezahlen muss, weil ich habe es ja online im Internet für kostenlos, das kann man sich anschauen. Und wenn man das bewusst sich anschaut und vielleicht auch immer und immer wieder anschaut, und glaubt mir Jungs, es ist ein Thema, weil ich sehe ja nicht nur die Leute, die mit mir auf der Rennstrecke fahren, die mich buchen, sondern ich sehe ja auch alle anderen. Und ich möchte behaupten, und das ist eine reine Behauptung, aber ich denke, die trifft es ganz gut. Ich denke, dass 70% der Rennstreckenteilnehmer an einem Event, kann mal mehr, kann mal weniger sein, das nicht beherrschen. Und ich sehe das ja auch bei den anderen, auch bei den schnelleren. Und das ist so eine einfache Übung. Wenn das sitzt, dann kannst du mit so wenig Risiko so viel schneller fahren. Das ist fast unglaublich. Ich habe oft Kunden, die sagen, wie kannst du mit dem Straßenreifen so schnell fahren? Dann sage ich, naja, weil ich lediglich solche Dinge anwende und somit das Thema Schräglage und das Thema Risiko über einen Sturz erst einmal ganz weit weg schiebe und erst maximal Potenzial aus der Technik hole. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann muss ich in den Risikobereich gehen. Aber das ist so entscheidend. Bitte schaut euch das Video immer und immer wieder an. Versucht diese Richtungswechsel, Lenkimpuls, inklusive der Körperhaltungsgewichtsverlagerung. Es kann nur beides funktionieren, nicht eins allein. Es geht immer nur beides. Bitte schaut euch das an und versteht es, verinnerlicht es. Lernt es auswendig. Das ist hundertprozentig wichtig. Ich mache das nicht zum Spaß. Das nächste ist auf jeden Fall eins, was ich auch immer wieder sehe. Das ist eins meiner ältesten Videos, 20.02.2019 veröffentlicht. War eine tolle Erkenntnis. Langsamer ist manchmal auch schneller. Viele von euch haben das im Griff. Ein paar haben das aber nicht im Griff. Und das ist einfach letztendlich eine Kopf-, eine Charaktereinstellungssache, dass man sich ein bisschen einfach beherrscht, indem, na klar, du gehst auf die Rennstrecke, du willst schnell fahren, du bist dafür da, um eine Rundenzeit zu fahren, deswegen hast du einen Transponder und fährst ein Rennen mit und hast ein Rennmotorrad und so. Ja, aber ich denke, es funktioniert nicht. Es bringt nichts, wenn man sich hier im Kopf so weit drauf einschießt. Und ich habe das jetzt erst wieder gesehen, als ich mit den Profis Nicolo Canepa, Marvin Fritz, Karel Hanecker unterwegs war. Du, die steigen auf das Bike auf mit einem 60er Puls und steigen mit einem 100er Puls runter. Die sind so entspannt dabei und fahren ihre Top-Rundenzeiten dabei. Die sind so cool. Und das heißt nicht, dass wir deren Rundenzeiten fahren sollen. Aber wir sind als Hobbyfahrer durchaus in der Lage, schnellere Rundenzeiten zu fahren, wenn wir cool bleiben. Und ich sage das auch oft, hier bei 1000 PS und Gihamoto bin ich zum Beispiel auch für die Fahrerbesprechung zuständig. Und ich sage das speziell zu den zwei langsamen Gruppen, weil ich sehe da sehr viele Sachen draußen, die fahren 2 Minuten 35 am Pannoni-Ring, aber fahren ums Leben und das ist verkehrt. Man muss immer cool bleiben dabei und vor allem bewusst die Technik beobachten. Und man sagt ja immer, nee, mir passiert ja nichts, ich bin ja der Oberprofi. Komischerweise stürzen doch relativ viel immer in den langsamen Gruppen, also ist da doch der eine oder andere dabei, der sich täuscht. Bitte schaut euch das an. Langsamer ist manchmal auch schneller, zumindest vom Kopf her langsamer zu sein. Bitte, das ist eins der wichtigsten Tipps für das Mentaltraining, für den Kopf-Video-Link unten in der Beschreibung. So, dann haben wir noch eins. Eine der häufigsten Sturzursachen ist auch ein altes Video, habe ich 26.05.2019 veröffentlicht. Da geht es letztendlich darum, den Speed, den Abbau des Speeds bis in den Scheitelpunkt hineinzuführen und die allerwenigsten beherrschen das. Wirklich die aller, allerwenigsten beherrschen das. Und das ist eines der schwierigsten Dinge, die ich jetzt hier in diesem Video bespreche. Das ist wirklich schwierig, also da ist Arsch rübernehmen, Luftdruck kontrollieren und den Lenkenpuls eigentlich einfach, aber das ist schwierig, weil da braucht es ein bisschen Training für das Auge. Aber trotzdem ist es was, was ich immer wieder bei meinen Coachings Leuten, die mich eigentlich dafür bezahlen, immer wieder sagen muss. Und ich frage oft, hast du das Video nicht gesehen? Nö. Das, wenn du dir anschaust, dann kannst du dir ein Coaching mit mir komplett sparen, weil das ist nichts anderes, was ich da immer wieder sage. Wenn man dieses Problem hat, dass man am Scheitelpunkt sich zu langsam fühlt, schon wieder Gas geben muss, vor dem Scheitelpunkt schon wieder Gas geben muss, dann hat man meistens zu stark gebremst und zu hart gebremst. Und warum kommt es? Weil man nur versucht spät zu bremsen. Und versuchen spät zu bremsen ist nicht immer die beste Möglichkeit. Deswegen hier erkläre ich genau, was man dagegen machen kann. Und ich habe ein gutes Beispiel auch jetzt im Brünn gehabt, da habe ich ein Rennen gefahren und ich bin auf Platz 2 gestartet und der Erste, der hat zum Beispiel, dem wäre ich am Eingang der Kurve fast drauf gefahren, weil der hat zwar später gebremst wie ich, aber er hat irrsinnig hart gebremst, irrsinnig hart gebremst und ist dann eigentlich in der Kurve gestanden und hat mich abgestochen, quasi abgestochen, heißt, er hat meinen Speed abgestochen, weil ich viel weniger bremse, lieber ein bisschen früher bremsen und dafür ein bisschen weniger, mehr Sicherheit, mehr Kurveneingangsspeed. Und das dann auch mit höherer Präzision. Bitte schaut euch das Video an, ist unten verlinkt, da erkläre ich euch das. So, wem das Ganze noch nicht reicht, es gibt natürlich auch meine Tracksheets und meine Tracksheets sind verteilt auf allen Rennstrecken Europas. Ich habe die schon überall gesehen und das ist gut. Wenn du die Tracksheets schon hast, dann bitte lese sie aufmerksam und vor allem reflektiere die Linie. Die Linie insofern reflektieren. Du schaust dir die Linie an, die ich dir aufgezeichnet habe auf diesen Tracksheets, aber fährst eine andere, bist aber der Meinung, dass du die richtige fährst. Und das kannst du nur reflektieren, indem du dir vielleicht einmal eine GoPro drauf tust und tust mal bewusst überlegen, ist denn das wirklich die Linie, die hier aufgezeichnet ist. Das heißt, die Tracksheets sind toll, die bringen dir extrem viel, vorausgesetzt du kannst sie lesen und du kannst genau das umsetzen, was da drin steht. Aber das ist eigentlich nur eine reine Selbstreflektierung, um zu wissen, bin ich hier gefahren oder bin ich hier nicht gefahren? Bin ich hier zwei Meter weiter links gewesen oder war ich zwei Meter rechts? Bin ich hier spitz angefahren oder bin ich nicht spitz angefahren? Weil wenn die Kurve eine V-Kurve ist, wo ich auch ein Video dazu gemacht habe, dann ist es eine V-Kurve und dann fahre ich die Kurve nicht von außen an, sondern ich fahre sie so an, wie sie da steht. Und auch viele Leute, die zu mir kommen für ein Coaching, die wollen immer alle, dass ich mit ihnen ein Körperhaltungstraining mache. Und ich mache ganz selten Körperhaltungstraining, weil die Körperhaltung bei den meisten okay ist. Also sie ist nicht perfekt, bei keinem ist es perfekt, sage ich jetzt mal, aber sie ist okay meistens und ich bin der Meinung, dass die Linien teilweise das größte Problem sind. Aber selbst sieht man das nicht. Viele sagen, eine Linie habe ich voll drauf, super, perfekt, brauche ich nicht, Linie brauche ich nicht, ich brauche Körperhaltungstraining und dann sage ich, okay, super, dann fahre mal raus und ich schaue mir die Linie an und sage, okay. Deine Linie ist, ganz ehrlich gesagt, sei mir nicht böse, aber eine Vollkatastrophe. Deine Körperhaltung ist okay und somit rutscht die Priorität der Körperhaltung runter in der Prioritätsliste und die Linie rutscht rauf. Weil die Linie, das ist was Ausschlaggebendes, das ist was zählt. Die Körperhaltung kommt viel später. Die Linie ist A und O und das geht nur, wenn man sich selbst so reflektiert und so bewusst sagen kann, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch. Und wenn du es währenddessen nicht aufzeichnen kannst im Kopf, dann tu eine GoPro drauf und schau dir das im Nachhinein an und überleg, ist denn das die richtige Linie oder ist es nicht die richtige Linie. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt noch ins Leben gerufen habe, ist ein Theorielehrgang speziell für solche Sachen, um sich mit mir zusammenzusetzen und auch das eigene Motorrad mitzunehmen und mal draufzusetzen und ich kann euch mal das mal anschauen, ob denn das das Richtige ist, um einfach wirklich einen Tag spezifisch Zeit zu haben, diese Theorie Dinge durchzugehen mit verschiedenen Themen wie Reifenwahl, wie erkenne ich die D-A-Linie von selbst, das ist auch ein Thema, damit ich nicht immer die Tracksheets auswendig lernen muss, sondern um zu erkennen, was ist denn eigentlich eine D-A-Linie, was ist denn wenn ich Gas gebe, wenn ich bremse, wenn ich in Schräglage gehe, wenn ich mein Körpergewicht verlagere etc. Das Ganze findet bei mir hier in der Firma statt, habe hier drei Termine, 22. August, 8. September, 19. September sind jeweils noch Plätze frei, schaut euch das an, Link in der Beschreibung, da kann man sich wirklich mal einen Tag Zeit nehmen und wirklich nur die Theorie machen, Theorie, 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 auf der Rennstrecke ist es oft nicht so, dass man sagt, okay die Theorie ist ein bisschen schwierig, weil es ist so laut, man hat wenig Zeit, man ist fokussiert aufs Fahren, man ist eh ausgepowert, dann kommt meistens da oben nicht zu viel rein, deswegen schadet es nicht so aus Vorbereitung vielleicht mal so ein Theorie-Sebinar bei mir mitzumachen, ich habe mich da ein bisschen drauf vorbereitet, schauen wir mal, ob es funktioniert, aber ich denke, das ist eine gute Sache. Ansonsten gibt es hier noch natürlich kurze Werbung in eigener Sache, die Rookie-Events für die Einsteiger auf der Rennstrecke habe ich speziell ein Training entworfen mit Pitbike, hier zum Pitbike fahren, mit Schräglagentrainer und so weiter und das Ganze mit einer super Pauschale, mit einem super Einstieg in die Rennstrecke ist für die Einsteiger, die noch nie Rennstrecke gefahren sind oder auch die, die schon ein, zweimal waren, aber vielleicht noch nicht so den richtigen Zugang gefunden haben. Hockenheimring 29. bis 30. ist ausgebucht, aber 14. bis 15. September habe ich jetzt noch ein zusätzliches Event für Rijeka, das ist auch ein bisschen günstiger wie Hockenheim, liegt einfach daran, weil Rijeka günstiger ist von der Rennstrecke an sich wie Hockenheim. Das Ganze ist natürlich unten alles in der Beschreibung verlinkt, also das sollte jetzt kein reines Werbevideo sein, natürlich auch, ich muss natürlich auch ein bisschen leben davon, aber ich habe euch jetzt wirklich fünf Videos gesagt, die euch wirklich aus Haus Hausaufgabe aufschreiben sollt und diese fünf Themen, weil ich weiß, dass die fünf Themen eines der wichtigsten Themen sind, die so extrem vernachlässigt werden, schaut euch das an, macht es und ihr werdet sehen, wenn ihr das wirklich bewusst reflektiert und schaut, mache ich das eigentlich so oder mache ich das nicht so. Und eins Leute, das Umsetzen mit dem Arsch rüber vor der Kurve, nicht beim Anbremsen, das ist lebensnotwendig. Das mache ich sogar beim Rollerfahren auf der Straße. Bitte macht das, es gibt keine Ausrede dafür, das nicht zu machen. Bitte, das ist so einfach. Das ist ein einfaches Tuning. Da kannst du auf alles andere verzichten, auf Motorleistung, auf Bremsverwirkung, auf Fahrwerk. Das ist das allererste 1x1 des Motorradsfahrens. So, ich hoffe, das war interessant. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Schaut euch die anderen Videos an, die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.